Hier ist Vanya Montero. Vanya hat eine Wildcard bekommen von der FEG. Das heißt, ihr Start wurde ihr hier angeboten, denn sie kommt aus den kapverdischen Inseln, die liegen neben Afrika. Und man möchte natürlich Zugang bei diesen Olympischen Spielen von allen Erdteilen Teilnehmerinnen dabei haben. Vanya ist 18 Jahre alt und für sie ist es hier der ganz, ganz große Auftritt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017